So, wir sind wieder dabei. Wir sind wieder am Trailer schauen von der E3 und darüber erzählen, was gefährliche Halbwahrheiten erzählen, die wir über diese Spiele wissen. Das hier ist Far Cry 5. Richtig. Das ist die Ubi-Raschung dieses Jahr. Steep, ein tatsächlich überraschendes Spiel, denn die Schießspielfirma Ubisoft kündigt auf der E3 als ihr großes Super-Duper-Dings ein eigentlich friedvolles, Extremsport-Wintersport-Spiel an und allein das hat mich total positiv überrascht. Also, dass sie dem so eine große Bühne bieten und das so wichtig nehmen, weil es gab es in den letzten Jahren eher wenige Spiele in diesem Genre und die liefen halt eher auch so unter ferner liefen. Dann hatte ich aber schon, nachdem ich diese Präsentation, also erst gab es diesen Ankündigungs-Trailer, danach die Präsentation, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, Huh, das hat jetzt aber nicht so bleibenden Eindruck hinterlassen. Also, mein Verlangen danach, das sofort zu spielen, vor allem so einen direkten Vergleich wie die The Division und die Watch Dogs-Präsentation zum Beispiel, was im Jahr und davor ja das große Ubi-Spiel war oder auch Ghost Reak in Wildlands. Mich hatte das jetzt schon nicht irgendwie abgeholt, aber ich bin halt auch in echt kein großer Wintersportler. Ja, und du kannst ja hier niemandem schießen, das ist ja das Problem. Naja, mit Schussfahrt und dann durch einen durch geht das. Ne, tatsächlich war auch ein bisschen die Resonanz von der E3, dass das die Leute, die es ausprobiert haben, nicht komplett so richtig überzeugt hat bis jetzt. Also, muss man echt mal sehen, was am Ende des Tages daraus machen. Aber klar, das Setting ist natürlich auch ein bisschen schwieriger zu verkaufen. Es gibt natürlich Leute, die stehen total auf so eine Art von Spiel, aber das ist eine verhältnismäßig kleinere Gruppe. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass es mich ein bisschen anmacht, auch nicht jetzt, weil ich unbedingt so der Skifahr-Profi bin. Also, ich fahre zwar ganz gerne Snowboard und so, aber in Spielen spricht mich sowas jetzt eigentlich nicht normalerweise doll an. Aber ich mochte damals, dass, ebenso als von Ubisoft, glaube ich, entwickelte, Sean Wyatt Snowboarding total. Das war auch kein sehr, sehr gutes Snowboard-Spiel. Aber was da sehr cool war, man konnte einfach, wenn man das Spiel ein bisschen ignoriert hat, hat man einfach die Playlist angemacht, die super war, die im Spiel drin war. Und ist einfach oben vom Berg bis runter gefahren. Einfach nur scheiß auf das Spiel, scheiß auf die Gameplay-Mechaniken, scheiß auf die Punkte, die du da kriegen kannst. Einfach nur du und der Berg und die Abfahrt. Und das hat so einen Spaß gemacht. Also ich habe quasi das Spiel ohne das Spiel zu spielen gespielt. So wie ich ja zum Beispiel auch total gerne Drive-Club spiele. Keine Anzeige, ich will nicht wissen, welche Positionen ich in dem Rennen oder so habe. Ich will einfach nur ich und die Straße und hier ich und der Berg und geile Mucke im Ohr und runter. Und wenn das geht, dann kann ich da Stunden dann verbringen. Und was nicht an dieser ganzen Präsentation danach, also nachdem so der erste Hall auch vorbei war und dann die ersten Leute auch, die dieses Spiel gespielt haben. Es wird in keinem Wort erwähnt, dass dieses Spiel ein VR-Spiel ist. Also das wurde bisher nicht gesagt, dass man es in VR spielen kann. Ah, warum nicht? Das wusste ich gar nicht, dass es in VR geht. Nee, also ich meinte, es ist kein VR-Spiel. Warum ist es kein VR-Spiel? Ach so, weil es vielleicht zu technisch, zu anspruchsvoll ist, um VR zu spielen. Vor allem als so offen aufgebautes Multiplating, da glauben sie wahrscheinlich nicht dran, dass die Basis an Hardware-Besitzern groß genug ist. Ja, aber das muss ja dann kein exklusives VR-Spiel sein. Aber was ich so ein bisschen rausgelesen habe aus allem, was die Entwickler vor Ort gesagt haben, ist, sie möchten halt wirklich dieses Feeling, wenn man das selbst mal gemacht hat, rüberbringen. Diese Freiheit und man fährt da seinen eigenen Weg und nicht vorgegebene Strecken, sondern man kann da halt selbst sein Auto-Besitzern. Soll man aber nicht machen, ne? Also hier nur im Videospiel. Also es geht auch nicht nur um Snowboarden, sondern auch dieses Space-Jump und Wing-Suit und Paragliden. Das ist auch gefährlich. Aber das wären alles Bewegungsarten, die man mit allen VR-Kids ohne große Eigenbewegung, also du natürlich musst stehen vielleicht, aber es wäre was, wo du nicht gehen musst. Sondern du stehst eben auf einem hier stehenden Ort, meinetwegen hier auch mit dem Wing-Suit, musst du nur den Kopf bewegen. Das haben sie ja gezeigt in ihrem, wie ist das, Eagles, Eagle Flight. Ja, Eagle Flight. Also warum geht das nicht in VR? Weil dann wäre es, glaube ich, richtig, der Burner. Also so ist es halt eher nur, man fragt sich so recht, was das Verkaufsargument davon ist, was es nicht bei Sean White auch schon gab. Und gerade diese Konnektivität ist für mich jetzt eher weniger so ein Verkaufsargument. Ja, würde mich jetzt auch nicht ansprechen. Hier natürlich ein bisschen so die Abwechslung von den bestimmten Sachen, die du so machen kannst. Aber ich muss ja gestehen, ich bin ja generell sehr skeptisch, dass VR überhaupt ein großes Verkaufsargument ist. Also da habe ich ja echt so ein bisschen Sorgen mit. Ich würde das gar nicht für die VR-Funkspiele so krass reinbauen, wenn ich nicht ein explizites VR-Spiel hätte. Wow, da sehen wir, liebe Kinder, warum wir das nicht in echt machen. Ja, wir sind sehr gespannt. Ich hoffe, man kann das in einem fertigen Spiel, diese ganzen Bildschirmanzeigen ausschalten. Also ich würde gerne einfach nur den Berg runter und mal ein bisschen gucken. Ich wollte auch letztens mal, es gibt so ein anderes Ski- und Snowboard-Spiel momentan. Snow heißt das, es gibt so eine Early Access für den PC. Mal gucken, wie das eigentlich so ist, weil das auch so ein bisschen so, du und allein und der Berg, mal schauen. Auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Platz. Also so Open-World-Umgebung sind es aber sowieso auf einer richtigen Stelle. Haben Sie hier alles gezeigt, wie Sie das Snowboard gezeigt? Und ich habe dieses Gameplay noch gar nicht gesehen. Ich hatte nur den Trailer gesehen. War das auch in der Präsentation? Sie hatten doch in der Präsentation ein bisschen was anderes gezeigt. Aber das ist immer so ganz offensichtlich. Aber dadurch, dass du es zum ersten Mal siehst, was ist denn dein Eindruck jetzt davon? Naja, am Ende des Tages ist es halt ein Sportspiel. Also das würde ich an einem Wochenende vielleicht ein paar Stunden spielen, um so ein bisschen das Gefühl zu kriegen. Aber dann wäre ich auch fertig damit. Ich habe ja da nie diesen Reiz von wegen, jetzt muss ich hier die Punkte kriegen oder da irgendwie so eine coole Skills entwickeln. Oder irgendein Skateboard-Spiel, dann alle Tricks und so können. Das würde mich nie reizen. Von daher ist es jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, na, Würze geben Sie mir davon mehr. Ich nehme so mal ganz kurz parallel mein Mobiltelefon raus, wenn das jetzt kurz knackt. Ich möchte jetzt kurz nachgucken. Nicht, dass ich hier totalen Scheiß erzähle, und das gibt es vielleicht bevor er ist, nämlich noch ein Feindlich. Aber gerade das eben auch, dass wir irgendwelche alternative Ski fahren. Ja, schon krass, ja. Okay, kann man dann Challenges erstellen, okay. Aber das möchte ich auch unbedingt so eine Sache machen. Ja, aber es ist so schlimmer. Je älter man wird, umso mehr will man von diesem ganzen neumobischen Scheiß in den Spielen nichts mehr. Die sind, glaube ich, nicht mehr kompatibel mit dem Spielemarkt. Nur einfach mit Spiele spielen, wenn sie noch tausend Challenges bauen. Das ist auch beim Ruhrseitschiff jetzt gerade so. Diese ganzen Zeit-Challenges, scheißegal, hier irgendwie coole Runs haben. Ich glaube, hier muss man schon ein bisschen Lust drauf haben auf sowas. Wo ich mir das im Koop, oder zumindest in einer kleinen Gruppe, wenn man das jetzt hier so sieht, das wäre schon wahrscheinlich ziemlich cool, das irgendwie mal als Gruppe zu fahren und sich vielleicht so kleine Challenges zu bauen. Muss ich ja nicht übertreiben. Autsch, hast du das gesehen? Ah, fuck. Also ich hatte gerade eben nachgeguckt. Es gibt von einem der Producer, die auf der E3 waren, das Zitat jedem, den mir bisher Steve gezeigt hat, hat gesagt, gibt das auch in VR und ich glaube, man kann diese Antwort nichts hinzufügen. Ja, außer halt VR oder Nein. Naja, mal gucken, vielleicht machen sie es ja einfach noch. Siehst du, dann kann ich hinterher sagen, ich habe denen das eingesagt und dann bin ich der Held. Ja, und dann verkauft sie es nicht und dann bist du der Riesenheld bei Ubisoft. Nee, wenn sie es nicht verkauft, ist der Gewinner der Herzen. Ja, das war es mit Steve. Wissen wir, wann es kommt? Glaube nicht. Steht es jetzt hier? Steht es hier. Dezember 2016. Sie haben sich vertan. Siehst du? Können wir gleich nach einem schönen South Park. Ja, oder wir gehen halt echt Schiefer, wobei es gibt ja keinen Schnee mehr. Ja, wir haben sie abgeschafft. Also, macht's gut, Leute. Tschau. Tschüss.